Was wir immer hatten. Achso, was hast du denn jetzt für eins? Das, was wir immer hatten. Hä? Hey Freunde, willkommen zurück zu Rocket League. Hä, wo ist denn das? Hier liegen wir. Was da? Dich haben wir nicht gesehen. Was ist da in einem Orange versteckt? Oh, meine Nase. Wer ist da steil dabei? Wir hoffen, euch geht es gut. Ich habe einen Frosch im Hals. Und wir haben zur Zeit einen Lauf. Der französische Note. Wenn es läuft, solltest du zum Arzt gehen. Achso, scheiße. Oh, ich dachte, Janik kriegt den. Gut, dass ich ihn noch irgendwie auch gewehrt habe. Oh, fuck. War schon wieder einer? Ja. Das hat ihn reingemacht. Oh, krasser Typ. Ja, ne? War gut. Ich habe schon 20 Punkte. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Der Typ heißt Scheiß. Oh Mann, ey. Scheiß. Geiler Scheiß. Echt? Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Oh Mann, ey. Gut. Ich hatte ihm auch keinen Boost. Voll ärgerlich, ey. Dass der nicht schon drin war. Du musst ja mal aufs Tor schießen. Ja, aber habe ich doch versucht. Guck mal. Wir sagen dir, gut, na passt. Ja, hoffe ich doch. Max, Torschüsse sind besser. Das hat mich verwirrt. Bist du jetzt einfach daran vorbeigefahren? Ja, ich dachte, der kommt da dran. Oh, oh. Also das hier ist nicht das gegnerische Tor gewesen. Hey. Hey, hey, hey. Alter, das war ein Freude. Ich mache nicht so. Naja, ne? Ich bin doch noch nicht fertig. Oh, er ist so. Jetzt ist er fertig. Ich glaube auch. Ich setze nochmal an. Okay, ihr seid da. Ich habe ihn in die Mitte gebracht. Der ist ein bisschen weit. Der ist noch nicht zu weit. Hattest du jetzt aus der Luft rausholen können, ey. Jetzt kommt der Mitte. Ich habe voll Wack einfach reinkommen. Das hätte sogar gepasst. Ja, eben. Dann kannst du dich nicht mal beschweren. Ich habe mich auch nicht beschwert. Ich flog genau auf den Ball zu. Oh, der ist nicht geklappt. Weil zwei Gegner vor mir waren. Das ist mir nicht gewollt. Was ist der denn da? Der macht ihn fast selber. Mann, ey. So, jetzt wieder vernünftig spielen hier. Wir sind wieder dabei. Hey, du. Das ist der. Oh. Ich habe keinen Boost. Ich habe Nico weggedrückt. Ich habe wieder Boost. Meine Nase juckt. Oh, oh, hier nix. Keiner kommt dran. Nice. Meine Chance. Oh, da kam er dran. Meine Nase juckt. Oh, man, ey. Ich glaube, er war eher dran als ich. Weil wir uns wieder so kacken dämlich anstellen. Der Patrick hat's verbockt. Oh, ich war gar nicht dran. Danke hier. Ich habe schon 200 Punkte, ja. Okay, ich mache mal einfach ein Rontor, dann passt das. Banane. Hey, ich fliege hinterher. Ich kann ihn aber nur nicht kontrollieren. Ich kann einen Boost. Was? Ne, zu gut. Ihr habt das heute nicht traut mit dem Treffen. Geht. Ich finde es heute gar nicht so schlecht bei mir. Wenn man es schon so sagen muss. Das liegt an der normalen Leistung, die ich sonst hier habe. Ah, da sind zu viele. Er kommt aber. Er geht auch. Er kommt aber noch. Nein! Er hat mal gehofft, dass Max den noch reinschiebt, aber er hat wohl kein Wissen. Hast du das gut? Falsche Richtung. Oh. Wie ein langes Eck. Oh. Ey. Ich habe kurze Probleme. Habst du gesehen. Oh! Wie hat er den denn da hochgekriegt? Egal. Ich dachte eigentlich, der spielt den schönen Lauf für mich. Aber den war nicht so. Verdammt. Ich konnte ihn nur wegkicken. Nein! Dann muss der jetzt nur nach vorne schieben. Verdammt! Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh gar, ich habe ihn noch kaputt gemacht. Dafür. Wir haben aber auch ein Pech. Spielen die ganze Zeit nach vorne, sind besser und schießen einfach nur dreimal den Bein nach vorne. Ja, ist ja kein Problem. Dann machen wir halt noch zwei Tore. Ja, trotzdem. Ärgerlich. Haben wir noch zwei Minuten Zeit. Müssen wir nur reinkriegen. Mist. Oh. Dann geht er ab. Oh. Entschuldige. Sie blockieren sich wieder gegenseitig. Nein, er hat mich gekickt. Kein Bock. Ich fand das doof, dass der da war. Ach, schon wieder? Nee. Au. Ich weiß nicht, wer mich alles gekickt hat. Ich wurde ganz oft gekickt. Ich wurde von hinten angeschoben. Ey. Warte. Ey, dich selber. Oh. Ataki. Ich wollte euch das diesmal auch nicht gönnen. Deswegen bin ich sogar hinterher geflogen. Willkommen. Ich habe wandelt mir quasi als Hafteländer zu. Ich wollte ihn so über den Röhrer lupfen. Hauptsache, er war drin. Eins müssen wir noch machen. Es ist nur noch eins. Ja. Verdammt, er ist da so abgeprallt. Ich wollte eigentlich nur gegen fahren. Ja, ja. Kommt. Warte. Zu spät gesehen, dass er wieder von der Wand wegfacht. Ah, Mann. Huren. Echt? Warum geht er da an den Ball? Ja, das frage ich mich. Warum? Ich bin Janik gespielt. Ah, Janik. Böser Janik. Das kann doch nicht sein, ey. Dass die... Was? Wir kriegen auch immer nur irgendwelche Fernschüsse, ne? Da haben wir ja nicht. Kein Bock, die ganze Zeit hinten zu bleiben. Nein. Das ist auch viel zu langweilig. Ich kenn das. Ja, normalerweise treffen die Janik. Ja, normalerweise passiert das nicht. Aber die haben halt relativ viel Glück gerade. Der titscht genau immer vor dir auf. Wir müssen da ja nicht viel machen. Ne. Außer geradeaus fahren. Warte ich jetzt einfach hier und ich mach die Dinger jetzt. Kam auch schon wieder her dran an sich. Ist doch nicht wahr, ey. Schieb dir ein Schulte aufs Tor. Wir sind jetzt in einer Minute noch zwei Tore gemacht. Ey, der schubst mich hier die ganze Zeit. Ja. Er ist zu heftig abgeprallt. Wollt ihr einen Scheiß-Scheiß machen? Patrick war gewaltig voll seinen Controller dabei. Ja, ein bisschen. Oh! Hey, komm, das war schon super cool. Ey, das war super cool, das Tor. Er hat sich ja auch heftiger drüber geschickt, nee. Ich kann mit seinem Hütchen reingehen. So, eins noch. Man, das hat jeder ein Tor, das reicht doch. Ja, ne? So viel gerechter. Scheiß auf gewinnen. Ich glaube, den muss ich nochmal ein Titschen. Jupp. Und weiter? Er war on the way. Ja, hab ich doch gesagt. Und ich will mich wieder so'n dummes Tor kriegen. Ah, Schwierigkeiten. Ich war dabei. Ach, der Schieb zum Hör. Komm ja nicht nach vorne. Wir brauchen keinen Goalie. Ach doch. Bist du noch zwei, drei Sekunden, ob wir jetzt das kriegen oder nicht, ist ziemlich egal. Ja, jetzt gehe ich nach vorne. Jetzt sofort. Jetzt kaputt, rechnet es. Jetzt einfach nach vorne. Ja, ist zu leicht. Wir sind zu dumm. Nein! Nein! Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Der war bei mir schon dunkel und dann war der auch wieder draußen. Ah, Scheiße. War das erste, glaube ich, ne? Ja. Oh Mann, ey. Das war jetzt ärgerlich. Das war kacke. Wie der da einfach wieder rausgekratzelt ist. So ärgerlich, ey. Da war einfach nur immer gegengesprungen. Dratt drin. Aber wir hatten das eigentlich im Griff. Aber die schießen viermal den Ball so lang nach vorne. Einfach nur irgendwelche Fenschüsse. Ja. Und da sind keine coolen Namen dabei. Nee. Nur welche, die man nicht aussprechen kann. Das ist nicht so okay. Nee. So. Bitte. Ah, Max. Zack. Ja, wir haben fast drüber gegangen. Hatte ein bisschen Angst. Na ja. Wir haben alle Angst, wenn du es heißt, Max. Gar nicht. Ey, ich habe heute schon viele Tore gemacht. Jetzt seid mal lieb. Ja, und hat doch trotzdem immer Panik. Vielleicht ging 50% rein. Und in sichere noch nicht. Ah, heute 75, bitte. Sag mal 70. Das war schon sehr oft daneben. 65. Ja, beim Fahren. Schießen habe ich eine bessere Quote als uns. 50%. Ja, 50%. Nein. Dann hat er das gefürchtete Links-Rechts-Kombi. Röselig. Der ist halt eigentlich schon ab und zu ein bisschen lauter. Vielleicht ist das auch Janik. Nichts klar. Das geht gar nicht mehr. Also mein Controller ist es eigentlich nicht. Der ist unterm Tisch sogar immer. Meiner auch. Und mein Mikro zeigt nach oben. Du hörst dich nur selber. Wir hören nämlich deins. Das habe ich zu spät gesehen, dass er da nicht kam. Ja, ja, ja. Da hat nämlich irgendwelche komischen Drehungen gemacht nur. Oh, da steht noch einer. Gerade. Mist. Zu wenig Boost. Oh, da hat er denn noch irgendwie angetitscht. Oh, wo steht Janik denn? Niemand ist da. Ich habe ihn nur gleich abwehren können. Mist. Boah, ich liege am Rücken. Komm nicht, weg hier. Ich liege am Rücken. Was machst du zum Zettel? Nein. Fick dich. Du machst dir kein Tor. Greif mal einen hier. Ja, gut. Gut. Geh weg. Stüge, stüge, stüge. Boah. Ja, ein bisschen schnell. Ich kann noch mehr von dem. Einfach im Kreis bis zum Balkon. Mist. Ich habe keinen Boost mehr. Du warst. Da kam ja auch noch irgendwie dran. Ich habe keinen Boost mehr. Geh in die Mitte, nigga. Oh, fuck. Stark. Ich habe es nicht gesehen. War irgendwas cooles? Janik wartet gar nicht. Es tut mir leid. Gut, wie er da auf einem Haufen steht. Fuck, ey. Ich war gerade im Flow. Alter, ich war nicht woanders drüber, Mann. Du standst da so scheiße im Weg. Du musst den Ball wegschlagen. Du hast denn da für die gesaved. Mann, das machen wir denn hier. Ah. Und was machst du da? Ich bin rückwärts. Oh. Nein, nein. Kann doch nicht sein. Das ist los gerade. Hier, nochmal. Lieber in unsere. Ja, lieber nur in unsere. Damit kannten wir uns aus. Was ist denn los hier, ey? Wir hängen hier ein bisschen fest. Los, Janik. Scheiße, was tut ihr denn? Oh, ich bin kaputt gegangen. Hab trotzdem mit dem Ball irgendwie berührt. Ich hab mit dem Gegner den Ball gespielt. Ja, gut. Aber nach vorne, Leute. Das ist nicht abzuhalten. Hab mir den Ball weggenommen. Zu weit waren aufzuhalten. Das war er nicht mal. Der hat mich angestuzt. Und er geht daneben. Wo? Das war's. Ein paar geht's nach vorne. Oh, sind so schnell. Fuck. Lade den Treffer. Zu hart getippt. Fuck. Max hat ihn schon wieder an die Latte gespielt. Fühle nochmal ein bisschen tiefer, ey. Das ist mal bei dir immer. Wenn du nicht sehnst, der dich mit davon getäuscht ist, geht's dir immer drüber. Ey, das ist richtig. Das passiert auf jeden Fall häufiger. Aua. T-T-T-T-T. Was? Erstmal in die Ecke gespielt. Ja, ja, da wissen wir, wie's läuft. Ja, nochmal. Da sind wir gut drin. Oh, das ist frei. Wir sind nicht mehr. Hab ich. Hab ich nicht. Hast du mich? Ne. Da war mein Bogen irgendwie zu groß. Mein Bogen wollte nicht so wie ich. Oh, Wust. Ich hab ihn irgendwie gerammt. Oh. Interessante Kombi. So geil. Ich hab den Gegner nur kaputt gemacht. Ey, ich spiel ihn raus. Jawoll. Oh, der ist noch heiß. Gut, dass die auch scheiße sind, ne? Geh'n gefisst. Ja. Ja, die kriegen dann genauso wenig. Wack, was mach ich denn hier, ey? Gesund. Wie wir so. Wie hab ich das denn gemacht? Wo kommt der hin? Nein. Nein. Das war ganz klar, Yannick's. Ja. Das stimmt war. Echt? Ja, auf jeden Fall. Was denn? Ich hab den zweimal in der Luft gebrannt, irgendwie. Nur nicht so viel wollte. Hat nicht so gut geklappt. Hammer, ey. Das werden immer noch Leute. Das schaffen wir. Mann. Fick an. Oh, oh. Oh. Glück gehabt. Wieder in die Ecke. Mann. Patrick. Ich war da noch am Drehen. Fing nicht anders. Nach vorne. Attacke. Die Mitte. Nicht vorbeifahren. Oh. Ich wusste nicht, dass die John da sind. Ich hatte mehr Zeit. Ich bin tot. Ich seh nix. Der Ball kam aus ner Rauchwolke. Max hatte einen ziehen lassen. Ja. Mitte. Oh, zu stark. Mitte. Oh nein. Jetzt fangen wir uns noch ein. Ganz licher. Ah, ah. Ah, ah. Alles gut. Wir halten ihn in der Luft, damit wir noch eins kriegen. Oh. Der wäre doch vielleicht reingegangen. Nee, konnten wir jetzt echt nicht machen. Nee. Wir waren schon ziemlich klasse. Wir haben ja geile Aufkleber gekriegt. Ich gucke gleich. Silber 3, Liga 3. Ich vergesse immer. Alter, wieso bist du... Hä? Du bist doch gerade erst in den Silber 3 geworden. Ich habe gerade mal eine Liga jetzt. Bin ich hoch. Liga, schmierer sage ich immer. Was ist denn mit dir kaputt, ey? Der kriegt das alles hinterher geschickt. Nee, nicht Suche läuft. Nicht Suche läuft. Schon wieder? Ja. So, Freunde. Ich mache mich fertig. Ich hoffe, ihr wisst wesens immer, wie viele Folgen wir machen. Und wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ich weiß auch, wie viele Folgen wir machen. Zwei. Sag tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja.